Hey, 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 hey. Beruhig dich mal ne Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Huh? Oh, äh, Brett. Gut, okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Ach, wer weiß wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was hab ich getan? Das ist sicher Brats Auto. Sieht nicht gut aus. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Ich kann mich nicht mehr aus. Du versreckst ja nicht gerade viel. Genau! Das? Ich war im Taxi. Was? Oh! Oh! Äh... Anstellen! Ja! Die SOC! Okay! Treu! Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Was? Ich wünschte, ich hätte die Tür nicht so zugeschlagen. Das bescheuerte Fenster wird von meinem Gehalt abgezogen. Ich war nur so sauer auf diese besoffenen Arschlöcher. Was glauben die, wer ihre Kotze aufwischen muss? Penner wie die vermiesen sich. Was ist denn das Geschäft? Ich hätte die Frau nie wegfahren lassen sollen. Ich hätte die Polizei rufen müssen. Also, dann ist Brad gar nicht gefahren. Es war Laura. Das macht die Sache zwar nicht ungeschehen, aber er wird froh sein, nicht selbst am Steuer gesessen zu haben. Sagt dir SOC irgendwas? Warte... Ich habe angehalten, um zu tanken. Ihr habt mehr als nur getankt. Der Kassierer war nicht gerade begeistert davon, den Mist von deinem Kumpel Rick wegzuwischen. Du hast sogar versucht, ein Taxi zu rufen. Oh Gott! Davon weiß ich gar nichts mehr. Als der Kassierer rausgestürmt kam, seid ihr abgehauen. Mit Laura hinterm Lenkrad. Also... Bin ich nicht gefahren? Ah... Oh... Die ganze Nacht war ein Desaster. Es fällt mir schwer, meine Rolle in der Sache zu akzeptieren, aber wenigstens war es nicht allein meine Schuld. Ich... Ich weiß... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.